Ende März verkündeten Sarafina Wollny und Ehemann Peter überraschend, bei Silvia Wollny ausgezogen zu sein. Warum packten sie ihre Koffer? Bei den Wollnys geht es laut und turbulent zu. Das weiß jeder, der ihre RTL 2 Sendung verfolgt. Bei einer so großen Familie ist es wenig verwunderlich, dass immer mal wieder Streit und Trouble entstehen. Immerhin hat Silvia Wollny Saga und Schreibe elf Kinder, mit einer Vielzahl von ihnen lebt sie sogar nach wie vor unter ihrem Dach. Im Haus in Rathheim wohnen neben der Wollny Matriarchin und ihrem Verlobten Harald Elsen bast auch Estefania, Sarah Jane, Loredana und deren Sohn Aurelio. Auch Silvana Wollny und ihr Lebensgefährte Florian Köster sind noch immer ganz nah bei Mama bzw. Schwiegermutter, allerdings in ihrem eigenen Bereich. Wegen ihrer Töchter Selina, Sophie und Anastasia brauchten sie irgendwann mehr Platz. Auch Sarafina Wollny und Ehemann Peter können ein Lied davon singen und bauten daher kürzlich an ihren Bereich des Hauses in Rathheim an. Immerhin hat das Paar mit den Zwillingen Casey und Emory und dem neuesten Familienmitglied Hope Angel Silvia mittlerweile drei Kinder und braucht viel Platz. Sarafina Wollny und Peter Wollny vorläufig aus Haus in der Türkei ausgezogen. Gerade sind die Wollnys aber nicht in Deutschland, wo Sarafina und Peter die Tür schließen können, wenn sie Ruhe brauchen. Stattdessen hält sich ein Teil des RTL2-Clans wieder mal in der Türkei auf. Auch hier legten sich die Wollnys kürzlich ein Haus zu. Doch obwohl die Immobilie sich in Sachen Größe wirklich sehen lassen kann, wird es eng, sobald die ganze Familie Urlaub macht. Ist das der Grund für die Verkündung? Mit der Sarafina Wollny ihre FollowerInnen und Follower am Mittwoch, den 27. März, auf Instagram überraschte? Bereits vor mehreren Tagen haben sich die 29-Jährige und die Ehemann eine neue Bleibe gesucht, wie sie vor etwas über einer Woche verkündete. Wir genießen die Zeit seit Montag bisschen im Hotel, so Sarafina in ihrer Insta-Story. Mit wir dürfte sie neben sich selbst und Peter Wollny auch Emory, Casey und Hoop gemeint haben. Wieso die kleine Familie Reis ausnahm, verriet Sarafina Wollny nicht. Dass sie Urlaub von Urlaub macht die N, erscheint allerdings unrealistisch bzw. sogar seltsam. Immerhin haben die Wollnys es in ihrem eigenen Ferienhaus schön und müssen somit eigentlich kein Geld für ein Hotel ausgeben. Sarafina Wollny überflucht ins Hotel. Hat die Flucht mit den Streitereien zu tun, die immer wieder entstehen, wenn sich alle in Ileika versammeln? In den letzten vier Folgen von die Wollnys, eine schrecklich große Familie, die am 27. März und 3. April auf RTL 2 ausgestrahlt wurden, knallte es erst zwischen Loredana Wollny und Servet sowie Estefania Wollny und Ali. Dann eskalierte ein Streit zwischen Lavinia Wollny und Kim Katzenbauer so sehr, dass sie ihre Hochzeit absackten. Jede Menge Geschrei und Gezettel also und Sarafina Wollny und Beta mittendrin. Zu viel für das Paar? Unklar. Doch wer weiß, vielleicht wollte sich das Paar einfach mal einen anderen Teil der Türkei anschauen und hat sich dafür eben in ein Hotel eingemietet. Am Tag der Verkündung schauten sie sich laut Instastory einen Markt an.